Hey Leute, was geht? Wir sind schon heute in Herdschekon zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, heute Wettrüsten, das erste Gameplay auf dem Kanal. Sorry, wenn das Spiel ein bisschen laut ist oder so, wird noch alles gefixt, aber es ist das erste Video und hoffentlich wird es gefallen. So, ich habe mir so überlegt, ein kleines Counter-Strike-Training zu machen müssen, also mit der UMP oder so, bin ich richtig scheiße und wollte schon Trainings machen, mache auch Case Openings. So, wie ihr seht, ich bin irgendwie mit der, das ist richtig scheiße. Okay, jetzt habe ich ihn. Das heißt, jedes Wochenende am Sonntag, Sonntag so 8 Uhr, wird ein, wie ich sag's, ein Training-Video kommen, also wo ich ein bisschen trainier, so 5 Minuten lang. Dann habe ich ihn. Also, ich kann euch nicht mehr sehen, also Mo, jeden. Ich muss die, äh, kläne Auskunft. Ich weiß es nicht, wann wann ich so hochladen. Und, ja. Also, tut mir leid, wenn das erste Video nicht so gut ist. Ich weiß, ob ich was sagen soll, also ich rede jetzt einfach mal so. Also, ich rede jetzt einfach mal so. Probieren mein Rester, wenn es euch gefällt. Und gefällt euch ja nicht, dass das nicht. Die Spiele ist so ein bisschen zu laut, denke ich schon. ich bin auch ein bisschen leiser bis gerade abends und ich mache jetzt schon ein Video also ich habe schon zwei Videos gemacht ein Video gemacht, das heißt jetzt das zweite das hier ist das zweite und ein bisschen Wettrüsten Wettrüsten, also wie Team Deathmatch, man macht nur Kills, kriegen wir mal bessere Waffe und da sind wir alle tot und gleich ist es soweit, nur 5 Tage, dann kommt Fifa 16 das ist für das geilste Game Ever ich würde das so suchten ich muss leider arbeiten das heißt es wird nicht einfach also ich muss gucken, dass ich das Game Ever nicht bekomme also ich dem Zug fahre ich nach Haus und kann da sofort ins Geschäft das ist noch ein bisschen weit weg frag ich einfach meine Eltern ob die mir das Spiel kaufen gehen und dann ich werde ein paar Gameplays erspielen und das wird auch dann so jede Woche ein Gameplay kommen aber so mit Counter-Strike habe ich mir überlegt, mehr Videos zu machen weil es macht mich wirklich schwer an auch wenn ich nicht gerade der beste bin aber es macht also ich bin auch fast ich bin nicht Gelegenheit also nicht Wettkampf also wo man also wo man Trophäen bekommt also ich spiele meistens so wie das hier in Wattwisten äh oder andere Modis Team Deathmatch also Modis ver... fast die meisten nicht so oder ich mache einfach Workshops äh im Training ähm und ja Case Openings werden auch noch kommen also Case Openings machst du sowieso ähm aber das wird sehr... ich guck mich ist das nicht weil ich hab ja gar nicht... ohne Kohle geht nix, ne das heißt ich kriege jeden Monat mein Geld also jeden Monat so für 20 Euro oder so dann jeden Monat ein Pack Opening 20 Euro und es wird auch andere Videos also bei anderen Videos Pack Openings geben das heißt bei äh Fifa Fifa wird es immer geben was noch? keine Ahnung was noch und da bin ich wieder tut ich hab irgendwie... keine Chance im Game ah jetzt wollte ich den killen hab ich irgendwie zu lange gebraucht Scheiße ich hatte ähm vor zwei Wochen hab ich mein erstes Messer gezogen ähm ok es war ein M9 Bayonet keine Ahnung was noch es war einfach es war 300 Euro wert das weiß ich nicht ok ich bin super scheiße so scheiße mit der Snapper oh da ist er dem hab ich gegeben wir sind wir sind sechster sind sechster ja sechster wir sind scheiße wie das erste Gameplay auf dem Kanal aber was soll ich sagen ich hab mein Bestes probiert ähm wir sehen uns das nächste Mal ciao bis zum nächsten Mal das war das war Untertitelung des ZDF, 2020